Hallo zusammen und willkommen zurück zu Uncharted Lost Legacy. Dann wollen wir mal weiter nach den Münzen suchen oder wie die Dinger heißen oder wie auch. Jetzt laufe ich auch schon wieder zurück, wo ich eigentlich schon drin war. Naja, ihr wisst schon, diese Teile, die wir für diese eine Wand sammeln. Und jetzt rüberschwingen und... Boah, nicht in Abgrund! Oh, das wäre beinahe schiefgegangen. Glück gehabt. Okay. Okay, ähm... Ja, wir müssen immer noch das Ding aus dem Wasser da holen. Nun, wo ist es genau? Das bleibt die Frage. Sollte ich mich nochmal genauer umsehen. Also die Figur ist hier. Ich schau mich nur kurz um. Ich warte hier. Ist das eine Treppe? Ah, deswegen... Deswegen geht das Auto so tief. Da kann man runter tauchen. Das ist mir eben beim ersten Mal vom Vorbeikommen gar nicht bewusst geworden. Ah, okay. Dann hätten wir auch langer suchen können. Okay, wo geht's lang? Ah... Ein unterirdischer Tunnel. Oder besser gesagt, ähm... Höhle, besser gesagt. Und da haben wir schon... Das Teil. Du hast mehrere hundert Jahre gewartet, damit ich dich finde. Hehehe. Ganz genau, Chloe. Okay, und nun... Gut. Ein Wahn ist nur noch... Fünf Stück noch. Und das Große eben, das ist ja das Ganze, ne? Ne, vier sind das nur noch. Mit dem Großen sind es natürlich fünf... Ne, ne, unten da ist noch eins. Hä? Nochmal ganz oben. Eins. Doch. Habe ich doch nicht platziert. Gut, und nun... Wir hätten ja einfach hier reinrutschen können. Oder wie? Wie kommen wir erst wieder raus? Wie kommen wir wieder raus? Ich glaube, so hätten wir ja auch schnell reinkommen können. Okay. Versuchen wir mal den... Gleichen Weg, wie wir hergekommen sind. Ja, so. Genau. Sag's mir nicht. Du hast noch einen Andenken gefunden. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Sehr schön. Okay. Okay. Ja, wir fahren in die richtige Richtung. Da, 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 da. Haben wir das Ding schon gesehen? Ich schau mich nur kurz um. Ich beschäftige mich schon. Ja, anscheinend haben wir das schon. Hier oben war ein Bauch schon, oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir hier schon mal gewesen sind, oder? Ach doch, ja, wir waren hier schon. Okay. Okay. Alles gut. Das weiß ich ja. Da waren wir hoch. Okay. Okay. Wenn man Leute was noch genau noch mal reingucken. Ja, müssen wir jetzt langsam wieder ans Ufer wieder. Hm, da oben. Ach, ja, stimmt's. Was ist das hier, woher ich hinkomme? Nee, wir sind total falsch. Etwas weiter nach vorne. Hier hoch. Hier oben ist es. Okay. so haben wir hier nicht schon also wir sind hier nicht weiter gefahren ich bin hier das haben wir noch hier schon oder oder bin ich jetzt blöd wenn ja dann dann hätte sie das doch schon längst durchgestrichen sehr einartig wir haben vergessen einzusammeln willst du nicht in meine tasche ich habe das tatsächlich liegen lassen also ich könnte schwören ich hätte eingepackt okay dann war es nur noch drei plus das große da ja dann fahren wir mal weiter in die richtung hast du wenigstens was gefunden ja da ist doch was okay wie fahren wir jetzt weiter über die brücke könnte gut sein aber in dem abgrund versuchen wir mal erst mal unten lang sorry vorsichtig okay haben wir richtig jetzt oder fahre ich in die falsche richtung genau in die andere richtung so hier ist der wasserfall ups kann man da auch suchen ja vorsichtig oh da ich schaue mich nur kurz um ja ich halte die augen auf ich habe da was leuchten was gesehen was leuchten was gesehen ja da ist es haha ticke stein krug antiker stein krug ok schön naja zwar nicht das wirklich interessant eingepackt ok ok in die richtung mehr na komm wow 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 na komm schon komm 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 ja ja komm schon ja 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 super ok jetzt lang in die richtung nach links ja ich weiß brauchst mir das nicht zu sagen wo wir das wirklich hin sollen aber ich möchte erst diese nebenmissionen erledigen wenn schon denn schon ne so viel zeit muss sein ok ich bin jetzt lang ah hier runter ach was mit dem glocken schon wieder na toll mal sehen ob wir da jetzt rausfinden ich schaue mich nur kurz um du was du tun musst war ich überhaupt hier hoch geklettert das letzte mal weiß ich gar nicht ok hier geht's nicht aber ich glaube schon dass ich hier hoch geklettert bin ich könnte schwören ich bin hier langgegangen ok weil ich weiß auch die andere sein und ich bin hier nicht lang gegangen aber naja kann man die leuten ja kann man ah moment das ist wohl dann ist das wohl die letzte glocke die ich nicht gefunden habe deswegen ist nie was passiert ok gut dann lassen wir sie mal klingeln und die letzte gelöst hat das tut in den uhren weh ich nehme ich mit besonders wenn man es über die kopfhörer hört yes dann waren es nur noch zwei kleine zumindest das eine ist da vorne konntest du das nicht leise erledigen hast du was wie wenig glück hatte ich gut gemacht konntest du das nicht leise machen nö ach das andere war das mit diesen komischen brunnen den wir nicht öffnen konnten wo ich ja gedacht habe dass das die müde und glocken zusammenhängen würde machen wir das denn also die seilbinde können wir nicht nehmen wir können den enttagen benutzen aber dafür ist sie zu schwach oder hat nicht zu viel kraft hat sie damit vielleicht springen bewegt sich nicht das würde das ausprobiert haben ok da haben wir das gute stück schon das hört sich nicht gut an das hört sich gar nicht gut an bekommen wir bekommen gesellschaft da drüben eine bewegung nä 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 scheiße niemand nur ich glaube wir sind safe hier sind nicht allein er kommt her wir kommen ja kommen ja und tschüss wir haben vielleicht etwas hier seid vorsichtig dann kommen wir dann guckt man nach was gefunden alles sauber hier haben wir eventuell etwas ja und dann guckt man nicht mal nach dieser knallkopf in der schiesse wo sie sie noch im auto oh man 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 shit wie mache ich das jetzt kann ich mich ranwagen ok hier ist nichts bei dir ich suche hier und schau du da drüben nach man habe ich mich jetzt erschrocken das war Dankeschön. Mist. Zwei schwer gepanzerte Idioten. Mist. Das wird bisschen schwieriger. Ich versuche sie von oben auszuloggen. Der hat mich gerade wirklich nicht gesehen. Das gibt es doch nicht. Ist der blöd? Puh. Auf geht's. So, da sind wir auf zum Letzten. Wo haben wir das? Da oben. Ein bisschen zurück. Ne, Moment, Moment, nochmal. Das war eben zu schnell. Ja, rückwärts und dann... Hier lang, sind wir richtig jetzt? Und jetzt geradeaus. Und links halten. Hey, warte mal. Fraser, auf uns wartet Kundschaft. Sehen wir es, das mal... Kundschaft? Achso, da. Tatsächlich. So, wir richtig auch. Shit. Den Scharfschützen schreiten wir mal lieber schnell aus. Meine Güte, sind das hier viele? Verdammt. Das wird nicht leicht. Wollte ich im Abend hier nicht überstanden? Habe ich an einem sicheren Ort versteckt. Hast du was Schatz davon erzählt? Nein, irgendwie muss ich dieser Sektor schon nicht loswerden. Er wird wütend sein, wenn er davon erfährt. Im Moment bist du die einzige Person, die davon weiß. Also... Okay. Moment, Moment. Scheiße. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Scheiße. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Verdammt. Okay, das ging definitiv nicht gut. Ich hab was gesehen. Ich hab's aber getan. das willst du ja machen das war ziemlich riskieren lassen sollen sie bei innen umgehen sollen das war es wurde ich habe sonst niemanden mehr hier schauen wir mal was sie hier haben und das war nun mal Die haben die einfach hier versteckt, diese Schweine. Achso, die haben das ja schon rausgenommen. Ah, verstehe. Okay, dann haben wir alle, glaube ich. Aber sehen wir uns trotzdem mal erst noch mal um, was hier noch versteckt sein könnte. Könnte ja nicht Schätze sein oder so. Weiß ja nie, ne? Das letzte, oder? Elf Häusaller Könige, elf andenken. Sollen wir zu dem Ort mit den Affen? Wie du willst. Stimmt, tue ich. Okay. Nee, hier ist nichts. Gut. Dann auf zum Wagen. Und zurück zu den Affen. Zum Affenpalast. Oh, hier ist noch eine Küste. Die nehmen wir natürlich mit. Oh, eine schallgedämpfte Pistole. Okay, alles einsteigen. Jetzt geht's zurück zu den Affen. So. Wir müssen jetzt fahren. Schon wieder zurück. Und hier lang. Na, da vorne müsste es gleich sein. Oder? Nein, ich bin vorbeigefahren. Ich bin da ja zu weit. Ich bin da ja zu weit. Oh, Mann. Hier. Das müsste das sein, jetzt. Ja. Okay, mal sehen, was... Hey, Lust auf ein bisschen Zeit ziehen? Ich bin direkt hinter dir. Mal sehen, was dabei jetzt rauskommt. Auf jeden Fall zwei Schätze. Jetzt sind die Affen nicht... ...aggressiv. Ein Preis für uns. Ein wirklich schöner Preis ist das. Hm. Das wird einiges einbringen, falls ich es nicht behalte. Oh, ja. Oh, ja. Königin. Mal sehen, was die Affen da so bewachen. Vorsichtig. Vielleicht hätten wir Bananen mitnehmen sollen. Was war das? Das hat sich eben angehört. Da kam so ein Signal und... und der Controller vibrierte dann eben. Ich stehe schon wieder. Gehen wir hier an dieser Stelle. Aber hier ist auch nichts. Hm. Hey, schau mal da. Trauer lang gut. Hä? Ist ein Trauer lang gut? Du bist süß. Knappe. Oh, jetzt wirst du rot. Hm-hm. Auf jeden Fall sind die nicht scheu, oder? Zumindest fliegen die nicht. Wow. Bingo. Hm. Kopferplatte. Und ein Silberkech. Noch irgendwas? Ein Foto. Die grauen Langouren. Ich mag den Fellkranz in ihr Gesicht. Hey! Das war toll. Mann. Ja, voll Treffer. Ich glaube, mich lost ein Affe. Okay, sie sind wenigstens friedlich. Ah. Tut mir leid. Ich habe keine Bananen dabei. Eigentlich essen Affen gar keine Bananen. Ach komm. Echt jetzt? Also, sie könnten, aber nicht in der Wildnis. Sie fressen Insekten, Nüsse und Blätter. Bananen sind auch zu süß. Ach, meine Illusion ist zerstört. Sagst du mir gleich, es gibt keinen Osterhasen? Nein, der ist absolut echt. Das Geheimnis hätten wir also gelöst. Tolle Erinnerung. Ja. Hm. Müssen wir erst zu dem, da unten hin oder da oben hin? Was kommt zuerst? Oder was beendet das Kapitel, besser gesagt? Ich fahre mal eben hier erstmal hier oben hin. Dann werden wir sehen. Wenn wir da nicht reinkommen, wissen wir, dass wir da erst dahin müssen. Na gut. Auf zum Automobil. Moment. Eigentlich könnte ich ja den Hinweis ja benutzen. Der zeigt mir ja den hin, wo ich jetzt wirklich hin muss. Müsste. Okay, lass uns zu dem letzten vor zurückgehen. Ja, letzte vor. Okay, dann müssen wir... Hey. Oh, wie langweilig. Sieht gut aus. Riecht gut. Riecht gut. Dann los. Riecht gut. Sieht gut aus. Riecht gut. Also dann, los geht's. Ja, na, los geht's. Genau. Das wollen wir jetzt auch. Auf zum nächsten Aufenthaltsort. Ab geht's. Riecht gut aus. Ja, na, los geht's. Vielen Dank.